Achtung, die folgende Audioaufnahme könnte bei manchen Menschen Gehörscheden verursachen. Höhung auf eigene Gefahr. Bei Rätigen oder Nebenwirkungen töten sie ihren Arzt oder Apotheker. Nein, ist nicht besser. Ja, was soll ich machen? Warum ändert sich das denn? Keine Ahnung. Aber wie sich das anhört, Apokalypse. Also, geh mal bei Start, dann suchen und danach mach mal Audiogeräte verwalten. Äh, Audio geht mal bei dieser Suche ein und dann Einstellungen. Weißt du, was du meinst? Rechts bei diesem Metro-Ding, da würde man nur noch rechts nach oben. Dann suchen und dann Audio. Und danach bei Einstellungen. Danach müssen wir auf Audiogeräte verwalten gehen. Hast du? Hä? Wo? Okay, jetzt hat es sich wieder auf den Headset umgeschaltet. Wetten, das ändert sich jetzt wieder um.